Ich darf euch begrüßen an ein neues Projekt, ein Projekt mit viel Hayr für mich, für euch und für jeden, der sich das anschaut, mit Khairam, Yomel Qiyana. Und ich werde versuchen, wöchentlich, also einmal die Woche, ein Hadith mitzugeben per Videobotschaft und so, dass wir im Monat, meistens vier Wochen, dass wir jede Woche ein Hadith, eine Aussage, einen Ausspruch von unserem geliebten Propheten Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam, hören, davon lernen und unser Herz näher dieser Sunnah mitgeben. Ja, und das ist das Schöne. Ich werde natürlich keine Scherr, keine Erklärung, diesen Hadith machen, dass das natürlich viel Zeit mitnehmen würde. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir werden keine Zeit haben, aber und auch eine bestimmte Stufe vom Wissen gebrauchen würde, um jetzt es mit Erklärung mitzugeben. Wir werden den Hadith geben, einen ganz kleinen Kommentar dazu machen, ja, um den nochmal stärker zu verinnerlichen. Und wir werden nutzen, oder wir werden versuchen, Nutzen von diesem Hadith zu tragen. Und somit fangen wir diese Woche mit dem ersten Hadith, den wir zitieren möchten. Der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, Ein Mann ging auf der Straße und sah einen Baumast. Daraufhin sagte er, Bei Allah, ich werde ihn beseitigen, damit sich die Muslime nicht daran verletzen können. Für dies ist er ins Paradies eingetreten. Ein Hadith bei Sahih Muslim. Ja, ein schöner Hadith, ich wiederhole ihn nochmal, und um natürlich besser zu merken, Der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte, Ein Mann ging auf der Straße und sah einen Baumast. Daraufhin sagte er, Bei Allah, ich werde ihn beseitigen, damit sich die Muslime nicht daran verletzen können. Für dies ist er ins Paradies eingetreten. Der Hadith ist bei Muslim. Und, Alhamdulillah, man sieht ein kurzer Hadith, braucht nicht lange, aber sehr viel Schönes mit sich. Und wir sehen, dass in diesem Hadith eine kleine Tat, sehr viel bedeuten kann. Und ich mit sehr viel, dir sehr viel Heil geben kann. Sehr viel Heil geben kann am Yurma Qiyama. Und dieser Hadith ist für diese Woche, als Anfangswoche gedacht. Ja, und als Anfang dieses Projektes. Nimm diesen Hadith mit, liebe Geschwister. Oder nimm, wie gesagt, diesen Hadith mit. Versuchen, den, versuchen daran zu denken. Und versuchen, ihn zu verinnerlichen. Und möge Allah, Azzawajal, uns von denjenigen machen, wie die Hadithe des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, folgen. Und die, die die Sunnah des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, lieben. Barakallahu Fikm. Und, Inshallah Ta'ala, nächste Woche mit noch einem Hadith, der uns Nutzen im Leben bringt. Barakallahu Fikm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.